so und damit herzlich willkommen zurück zu outlast für alle die es noch nicht wissen und jetzt nicht live dabei sind das ist eine live let's play aufnahme boah hier drin sieht das gerade voll schlecht aus mit der grafik aber das geht mein herz pumpt jetzt schon wieder wir erinnern uns alle noch was letztes mal passiert ist und ich habe super schiss diese tür da vorne aufzumachen uns geht es auch nicht so gut das ist also ich muss hier ganz kurz mal mein bildschirm noch heller drehen sonst sehe ich nichts wir öffnen türen eigentlich immer schnell und gucken uns dinge an ich verstecke mich einfach mal so drega oh mein gott was ich glaube er hat jetzt rausgefunden dass wir fehlen ich warte mal noch mal ganz kurz ich will jetzt natürlich nicht raus also ich muss da vorne durch die türen ich will jetzt mein so deux ich will jetzt vielleicht doch korrekt ich will jetzt auch mal ganz kurz mal mossi ja das war mir so klar Okay. Oh, lass mich mal ganz kurz. Sorry, Entschuldigung. Oh. Ey. Nein, nein, nein. Oh. Nein, 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 nein. Wo hat der denn... Putzahle bin ich gerade? Ah, okay. Was? Für diesen Aufzug brauche ich einen Schlüssel, okay? Oh. 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 Hey, nobody likes a quitter. Ah. Okay. Okay. Wo finde ich diesen Schlüssel? Hm. Ah. Hallo. So. Oh, da links war noch eine Tür. Da nicht lang. Nicht so gut. Ey. Oh, Mann. Oh. Ich muss außerdem in die andere Richtung, habe ich gerade gesehen. Oh. Oh. Oh, fuck you. Ähm. Entschuldigung. Sorry. Okay, wir machen das nochmal. Verdammt. Ähm. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich muss diesen Gang runter. Ich schiebe diese Tür trotzdem auf. Bööö. Ich sehe nichts. Wir gehen gerade schon wieder drauf. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Ah. So. Ich frage mich halt immer, wo die denn lang laufen. Außerdem frage ich mich, warum denen eigentlich nie kalt ist, weil so warm ist es da gar nicht. Ich meine, hallo, der Typ, der läuft mit ohne Hose rum. Geh weg. Komm schon. Oh nein. Wir laufen lieber weiter. Ach, das war ja zu. Jetzt geh doch weg da. Oh, Mann. Ich komm nie an dem vorbei. Hier konnte ich doch rein, oder? Nein. War ja klar. Lauf. Wie trigger ich den, ohne dass ich dann immer in die falsche Richtung laufe und so dumm bin und... Du nervst mich, Traeger! Du nervst mich, Traeger! 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 Hallo. Nein, geh weg da. Genau, da wollte ich eigentlich immer rein. Komm schon. Komm schon. Oh. Oh, nein. Nein, sag das nicht. Oh. So close. Schaffe ich aber nochmal? Habe ich gehört? Und das ist auch mega doof, weil er uns da auch erwischt. Wo bin ich denn lang gelaufen? Man startet sogar so, dass man im Prinzip sieht, wo man lang muss. Das mit diesem Türen-Dings-Verrücken, das nervt mich total. Ich bin nicht hier lang gelaufen, oder? Ich check das jetzt einfach mal kurz. Also, wenn man hier lang geht, dann hat man nur die Tür. Die geht nicht auf. Und hier die Heizung. Heizungen sind natürlich ganz toll, bringen uns aber leider nicht weiter. Nee, das... Der erwischt uns wieder. Der ist ganz schön stark. Der braucht mich immer nur zweimal erwischen, diese komischen Typen vorher. Die waren nicht so fies. Wo zur Hölle bin ich lang gelaufen? Ich habe überhaupt keine Orientierung. So, hier ist nichts. Da ist nichts. Nee, die ist auch zu. Und die ist ja auch zu. Obwohl wir da eigentlich, glaube ich, rauskamen. Aus der Richtung, weil er hat uns ja an diesem Typen hier vorbeigeschoben, ganz am Anfang, aber... Also, das ist ganz am Anfang. So, in die Richtung brauche ich ja auch nicht runter. Ach. Ach, apropos. Die Batterien sind ja immer wieder da. Hier rein. Hey. 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 Geh weg da. Wir drehen auch mal eine Runde. So, jetzt habe ich es gerafft. Okay. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die du. Ich würde jetzt super gerne hinter mich gucken, aber nein. Ah! Warum kommst du denn von da? Ah! Geh weg da. Wir drehen noch mal eine Runde. So. Wir müssen noch mal da rein. Jetzt dummerweise die Tür da hinten zu, ne? Erhol dich. War das Ding jetzt ganz offen? Nein. 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 Wir laufen einfach mal in die andere Richtung. Frühsport, mitten in der Nacht oder wann auch immer, welche Tageszeit es auch immer ist. Oh, komm schon. Der kommt noch mal, der kommt noch mal, der ist nicht weg. Das weiß ich. Oh, habe ich einen trockenen Mund vor Aufregung. So. Hi. So, was gibt's hier? Nichts. Schauen wir mal ganz kurz. David Anna Perna. Interessanter Nachname. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach zwei Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr im Mount Massive arbeiten. Oh, ja. Warum auch? Kann ich ja gar nicht verstehen. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuereien und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. Zwei Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Anna Perna. Und er war nie wieder gesehen. So. Komm schon, Schlüssel. Schlüssel. Das ist der einzige Ausweg. Da. Lass uns kurz nachdenken. Wo kam ich her? Wo muss ich hin? Da ist er wieder. Drago! So. Puh. Puh. Ha, puh. Ha, puh. Ha, puh. Ähm. Hier war keine Tür. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Der wird sicher noch was anderes abschneiden. Du bist hier noch irgendwo. Ich weiß es ganz genau. Ich kann dich hören. Und ich komme und hole dich mit meiner Kamera. Ich würde gerne nochmal, dass er dahinter läuft. Ich würde gerne nochmal. Ich würde gerne nochmal. Mhm. Vor allem. Puh, 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 puh. Puh. Wisst ihr? Es gibt Dinge, die tut man manchmal einfach. Ich würde gerne mal. Alter! Alter! Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigung, aber Sie blockieren da die Tür. Entschuldigung? Würden Sie vielleicht aus der Tür gehen? Nein? Aber Sie blockieren die Tür. Ist der tot? Trager! Äh! Hallo! Kopfhaut! Hm! Ja! Ich gucke ihn mir jetzt einfach mal... Jetzt kann ich ihn mir ja angucken. Die ganze Zeit hat er ja nur rumgenervt. Äh, äh, äh! I-Git! Du hättest ja auch mal die Hände weichen können. Krasse Scheiße. Das finde ich... Also, das Charakter-Design ist ja schon geil, aber so abgefuckt... Boah! Puh! Uiuiuiuiui! Also für, ähm... Alle, die im Livestream sitzen... Yay! Ihr habt's geschafft! Äh, 37 Minuten habt ihr mich verhälen sehen und jetzt sind wir endlich weitergekommen. Und für alle im Let's Play... Weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich da auch so ein bisschen schneiden, geschnibbelt haben, werden tun. So. Wisst ihr, was das Tragische daran ist? Das trennt uns vom Ausgang. Nur weil der Mister hier nicht aus der Tür gehen konnte. Ich will doch nur raus an die frische Luft. Es ist natürlich sicher ein sicherer Weg, ähm, hier jetzt hochzuklettern. Äh, speichert. Zu, wer hätte's gedacht. Oh, hi! Nettes Grinsen. Erinnert mich an Sheldon. Wir sind nicht hier, um Batman zu töten. Sind wir auch nicht, aber... Ja, ins Treppenhaus wird's... Nicht doof. Äh, geht's sicher auch nicht. Es geht nur da lang. Down the drain, down the drain. Down the drain, down the drain. Es geht hier ins Treppenhaus. Okay, also wir können hoch und wir können runter. Ich mach das mal hier zu. Ähm, wir müssen runter. Normalerweise. Nein. Nein. Puh, krasse, krasse Sache. Ähm, bevor wir uns jetzt hier durch den nächsten Teil quetschen und mal, ähm... Entschuldigung, ich wollte da nur rangucken. Und gucken, was es hier drüben gleich zu sehen gibt. Äh, mach ich jetzt erstmal eine ganz kurze Aufnahmenpause, weil sonst die Datei zu groß wird. Und, äh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war... Das war eine super Sache mal wieder. Yay! Träger! Und, äh, bis gleich.